Niegusch, waren Sie bei Grafen Danilo? Mit Verlaub, Graf Danilović war nicht zu Hause. War er im Club? Mit Verlaub, Graf Danilović war nicht im Club. Also war er bei seiner Geliebten. Mit Verlaub, bei welcher? Doch wären Sie doch zu Arlen gegangen. Oh, das hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen. Einmal braucht man ihn und da ist er nicht zu finden. Gefunden habe ich ihn schon. Na wo? Im Restaurant Maxim. Bei den Grisettel. Bei Grisettel. Er war aber ein bisschen bebè. Bebè, was ist bebè? Beschwiebst. Beschwiebst. Also wenn er kommt, melden Sie mir ihn sofort. Vaterland ruft ihn. Also bitte, ich bin hier. Wo ist Vaterland? tongue cinq. Mama. Grace. Untertitelung des ZDF, 2020